Das Ziel des Wirtschaftens ist nicht das Geld, sondern die Befriedigung von Bedürfnissen. 90 Prozent der Menschen eine neue Wirtschaftsordnung wünschen. Ja, ich habe heute die Ehre, ein neues Wirtschaftsmodell vorzustellen, die Gemeinwohlökonomie. Da kommt jetzt ganz etwas anderes daher, als ich gelernt habe, als ich kenne. Hier gibt die Gemeinwohlökonomie eine neue Richtung. Nach einer sozialeren Wirtschaft mit geringerer Ungleichheit, nach einer ökologisch nachhaltigeren Wirtschaft ohne Wachstumszwang, nach einer solidarischeren Wirtschaft mit Kooperation statt Konkurrenz, nach einer regionaleren Wirtschaft mit weniger Globalisierung, nach einer demokratischeren Wirtschaft, wo die Demokratie endlich auch in die Märkte und in die Unternehmen Einzug halten darf. Das ist eine etwas mehr sensativer. Ich bin ein etwas, das für alle Sinn macht. Eine authentische Ökonomie für viele Menschen, die sicherlich denken. Es gibt auch andere Wirtschaftsformen. Es gibt auch andere Möglichkeiten als Unternehmen zu wirtschaften. Und was unstrittig ist, eine Wirtschaft, in der die Würde des Menschen, aber auch aller anderen Lebewesen, im Mittelpunkt der wirtschaftlichen Aktivität steht. Das, was es wirklich endlich auf den Punkt bringt, was Neues wirtschaften tatsächlich ist. Das jetzige System, das wir haben, eigentlich nicht zukunftsfähig ist. Die Revolution muss sein, die die Menschen, die die Menschen. Jetzt weiß ich, worum es geht. Ich weiß, wo ich überall verantwortlich bin. Ich weiß, was ich tun kann, um eine bessere Welt in dem, wie ich wirtschafte, befördern zu können. Gemeinwohl ist für mich ein Gesellschaftssystem, wo es nur Gewinner gibt. Mehr braucht man dazu nicht zu sagen, weil jeder Vorteile davon hat. Das ist ein Runde. Das ist eine Runde. Es kommt von mir an den Kopfschrauben. Es ist eine Sitzung, die die Menschen hellaht. Und das ist ein Runde. Der Beste ist eine Runde. Und das ist ein Runde. Vielen Dank.